Peppi, wie schaust du aus? Wo ruckst du aus? Servus Schlagi, bei uns gibt es Aktionen. Jeder kann seinen Vorschlag einsenden, es gibt einen neuen Arena-Namen. Jeder kann da mitmachen? Ja, jeder darf seinen Namen reinschicken, aber ich werde jetzt erst rausgehen und das alte Schild abschrauben und meinen Schild draufschrauben. Geil Peppi-Dum, oder was? Peppi-Dum, so schaut es aus. Jawohl. Euer Name, unsere Heimat. Schlagi, wenn du fertig bist mit Tapen, bringst du mir bitte eine Leiter raus für Schuli. Jawohl, mach ich. Alles klar, für Gott.